Das Gute an der Exzellenz-Uni-Bewerbung von Dresden ist für mich als Handwerker und als Familienvater, dass das Bildungsniveau der Kinder angehoben wird, dass die Kinder in Dresden bleiben wahrscheinlich oder eine Möglichkeit dazu haben, eine Möglichkeit mehr in Dresden zu bleiben. Das weiterhin, dass in Dresden sich wahrscheinlich diverse Leute niederlassen, die in der Exzellenz-Uni angestellt sind und dort arbeiten, was für mich als Handwerker potenzielle Kunden sind in Zukunft.